und und willkommen zurück und das hier ist tatsächlich neue auf der Karte findet man das hier in dieser Ecke nein hier in dieser Ecke hier oben ist der Ausgang, hier in dieser Ecke finden wir das und dann hat man die Assistenten Luggen und äh Zerzaus der Verrückte und der Verkauuuuuff äh wir lesen erstmal bei dem Bild äh so eine uralte Kuriosität äh muss man den dafür bringen kann man Ereignisse halten werden während ein Ereignis im Gange ist also gut, da kriegt man Informationen darüber und äh hat dann hier dieses Set das sind 3er Set Amulett, Meuchlergürtel, Meuchlerring und damit wird man ja schon mal nicht sein, äh Set äh Bonus von seiner Rüstung verlieren, sondern einen weiteren Set-Bonus bekommen und der ist, ja, einigermaßen interessant allerdings war man dafür diese Kuriosität und im Moment hatte er nur den Meuchlergürtel ich weiß nicht was mit dem Amulett und dem Ring ist ich habe keine Ahnung aber auf jeden Fall ist das neu ihr habt oft gerade gesehen wo und wir bewegen uns jetzt zum Eiswind Pass der da oben ist äh der da oben ist äh auch immer da oben sonst haben wir ja nichts neues hier ne das so das so ja gut äh dann gehen wir mal da hin und lassen wir uns mal überraschen was uns da erwartet also die PvP-Zone ist auf jeden Fall in irgendwie äh in der Stadt, ich schätze mal ungefähr Mitte der Karte und selbst wenn man ein PvP-Gebiet verlässt, ist man so lange für PvP markiert wie man ähm ähm entweder sich an den Lagerfeuer gesetzt hat oder man gestorben ist eins von beiden ansonsten ist man da die ganze Zeit für PvP markiert tsch so das hier ist also Eiswind Dale mhm ja schönes Wetter sieht doch ein bisschen anders aus schneit auch ein bisschen joa sieht ganz nett hier aus joa doch so hier kommen wir wahrscheinlich wieder zurück ne ja das ist zum Reisen was kannst du der Fährmann achso was zu erzählen das hier ist so lacke Dinnischer ok ok was ist das wie ist das also das ist ok wie heißt das Gebirge äh Kerwinstein Hügel Hügel Flügel ok achja was auch noch neu ist ähm ist einmal Eiswind und Alter wie geht denn hier ok 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 Ich bin an eurer Seite, wenn ihr mich braucht. Gut, dann mal... ...auf ins Abenteuer. Da ist er noch ein bisschen umgeschaut hier, sagen wir mal so. Okay. Hm, hier ist Briefkasten. Was kann er hier? Habt ihr Scrimshaw-Marken-Verkäufe? Großes und verringert. Für eine Stunde die Verfallsrate der Schwarze ist Verstärkung in 40%. What? Ja, das sind so Low-Items. Ah ne, es sind Verwandlungs-Items. Wow. Bärenstamm-Schild, Bärenstamm-Schild. Ach, hier kann man wieder ein Speer nehmen. Okay. Hätten wir das schon mal geklärt. So, was kannst du? Siegelhändler? Was gibt's denn hier für Siegel? Ach, Siegel des Einhorns. Ach so, ein Drachensiegel. Ist ja nix Neues, ne? Ne, das ist, äh, jetzt. Ah gut, dann, äh, gibt's ja auch so ein Siegelhändler. Okay. Was kann er hier? Ach so, Kampftränke. Gut, da kriegt man hier die Getränke. Was kannst du? Was kannst du? Ach so, hier sind die, äh, Klassenspecifischen und Skillungs-Specifischen, äh, gedöhnen soll. Artefakte. Verbündete erhalten 212 in Zierigkeiten und 212 in Regeneration. Feinde verursachen wir bis zu einem weniger Schaden. Was kann der hier? Verbündete erhalten 212 in Kraft und 212 in Zierigkeiten. Gegner erleiden uns 4% dauert 30 Sekunden. Anlegen 135 maximale Trefferpunkte. Z.B. Verteidigung, 42 Crits. Beschwerden bei einer Staktikers, das verbündete Waffen und Gegner debuffen. Verbündete erhalten plus auf den Bewegungsrat und regenerieren Aktionspunkte 2%. Schnell ergeben, regenerieren Aktionspunkte 2%. Langsamer, für 30 Sekunden jeweils. Kostet 40.000. Bänder der Verteidigungsschule. Siegel des Schlachtfeld-Artefakts. Ach, dafür kann man das auch bekommen. Okay. So, was hast du? Normale Verbrauchsglüter, ne? Magische Waren. Äh, das, das, das. Was gedöhnt, das brauchen wir nicht. Danke. So, was haben wir hier noch? Also, hier haben wir... Schöne Altar. Hier haben wir die anderen Händler. Hübscher Schmid. Hast du irgendwas Neues? Ne, ne? Haben wir gleich gedöhnt, ne? Schön, ne? So. Was hast du? Liefernden Ausschotter, aber der gleiche. Äh, ja. Ist alles das Gleiche. Gute, da brauche ich dir hier gar nicht gucken. Hübscher Ausschotter. Was haben wir hier? Gefechtmeister ist er doch, ne? Ach nee, äh, Materialhändler. Ach, nicht Materialhändler. Verwerter, genau. Ja, kann man seine epischen Sachen recyceln für Astral. Was ist hier los? Was? Keine Schlägerei hier. Was ist denn hier vorne? Knöchel, Kopf, Forelle. Okay. So, da, die Treppe eigentlich hoch. Aber ich will erstmal hier links gucken, was hier los ist. Was haben wir hier noch? Was ist hier? Was kannst du? Relikthändler. Okay, da kann man eintauschen für dieses komische Zeug da unten. Hier kann man sich die Ausrüstung angucken. Was kann der Vogel? Ach so, da bekommen wir schwarzes Helm und so Zeug. Kann man hier eigentlich dann nochmal eben in Astral Diamanten eintauschen, haben wir dann verwertet. Okay, du bist hier ein normaler Händler für Berufe, aber kann ich hier was Neues kaufen? Ne, das gab es schon vorher. Ne. Das ist, äh, bisher alles gleich geblieben. Haben wir hier noch irgendwas? Ne, da werden die Waffen angezeigt. Gucken wir uns erstmal die Karte an. Hier geht's raus. Da haben wir Kopfgeld, äh, da ist noch ein Briefkasten. Wir müssen da hin, okay. Dann gehen wir jetzt erstmal die Quest abgeben. Hier haben wir eine Taverne, können wir da rein. Anscheinlich, dem können wir reden. Ruhm und Reichtum warten auf jene, die sich nicht scheuen, Blut zu vergießen. Okay. Dann kann der Arkanenbruderschaft nicht trauen. Mit eurer Hilfe wird es den guten... Ach so, okay. Kehrkonnig ist eine Goldgrube. Es gibt hier einiges zu holen, wenn man mutig und gewitzt genug ist. Willkommen in Kehrkonnig und Eiswind Dale, Abenteurer. Keine Sorge, ihr werdet euch schon noch an die beißende Kälte gewöhnen. Natürlich, natürlich. So, lokale Berühmtheiten. Ihr seid neu in der Stadt. Eine Menge Abenteurer sind bereits hier aufgetaucht. Schnurstracks in die Wildnis aufgebrochen, um nach schwarzem Eis zu suchen. Und man hat nie mehr von ihnen gehört. Der Ruf des schwarzen Eises ist verlockend. Aber je mehr man danach giert, umso schlimmer kann es für einen ausgehen. Bevor ihr euch auf den Weg macht, solltet ihr euch mit ein paar Leuten unterhalten. Mit dem ortsansässigen Händlern zum Beispiel. Sie versorgen euch mit Proviant, flicken eure Rüstung und kümmern sich um euer Wohlbefinden. Ihr solltet euch mit diesen Leuten gutstellen und dem Respekt entgegenbringen. Ja, ja, okay. Eine Münze extra hier und da kann auch nicht schaden. Haltet ihr euch an diese Ratschläge. Seid ihr schon auf einem guten Weg. Schaut dem Angelhaken vorbei und sprecht mit Eglender, dem Wirt. Ein guter Mann, der euch so einiges berichten kann. Okay. Jo, vielen Dank, Sprecher. So, dann müssen wir hier hoch. Äh. Ah, hier. Der Angelhaken. Willkommen im Angelhaken, wo das erste Bier immer aufs Haus geht. Oh, da sind wir schön immerher damit. Natürlich. Aber euer Gesicht ist mir neu. Gerade erst in der Stadt eingetroffen, was? Scheinbar ist heute euer Glückstag. Ich habe soeben eine Lieferung aus Gutanger im Süden erhalten. Das gute Tröpfchen ist immer schnell weg. Ihr kommt also gerade richtig. Ich sag euch was. Seitdem dieses schwarze Eis die Runde macht, werden die Leute hier zunehmend unfreundlicher. Der Ton wird rauer und die Piraten noch wilder. Die Gier bringt das Böse in den Leuten zum Vorschein. Ja, das hat Gier so in sich. Und trotz all der neuen Gesichter hier mache ich kaum Umsatz. Na, solltet ihr auch schürfen wollen, dann schaut bei der Frozen-Fahr-Expedition vorbei und sprecht mit Aetna Swift. Er kann euch ordentlich ausrüsten. Okay. So, hast du denn irgendwas? Das können wir dir nur ausfragen, aber... Ich hätte ja eigentlich ein Händlerzeichen über den Kopf, aber anscheinend... Hat dir nichts zu verkaufen. So, wo bist du? Ich habe etwas Wertvolles entdeckt. Kriegen wir hier eine Quest. LOL. Wir brauchen zwei Charaktere hier auf Level 60 und... Äh... Äh... Was? Das ist ja krass. Was willst du? Was ist hier? Ich fordere einen Yeti-Leckerbissen. Okay. Okay. Ey, ernsthaft? Brauchen wir für die... Für einen Typen hier... Ach, da haben sich schon welche entschieden für eine Seite. Okay. Braucht ihr Rat, wie ihr in Icewind Dale am besten zurechtkommt? Dann seid ihr bei... Der bin ich! Und dies hier ist die Frozen-Fahr-Expedition. So, jetzt will ich hier mal langsam ein bisschen vorankommen. Und die bittere Kälte zu überleben. Das findet ihr hier. Nun ja. Nochmal. Ah, meine Maus spottet irgendwie rum. So viele sind an dem schwarzen Eis interessiert, dass ich die meisten Pakete und Güter vertaucht habe. So, wir müssen jetzt hier hin. Ein paar kümmerliche Reste sind mir geblieben. Ach so, einfach nur den Markt besuchen. Okay, okay. Da waren wir ja gerade eigentlich schon und haben geguckt. Hätte ich mir das gerade sparen können. Äh, dann machen wir nämlich jetzt nochmal extra. Aber jetzt kommen wir hinten irgendwo rein. Sehe ich das richtig? Ähm, naja, das finden wir in der nächsten Folge aus.